Hallo, wir sind die Dschungelhelden. Wenn ihr ein Problem habt, zieht an diesem Griff. Dann kommt ein Signal und wir sind im Handumdrehen zur Stelle. Der Sumpf Im Dschungel an einem idyllischen Teich wohnen die Dschungelhelden, jederzeit bereit, einen kniffligen Urwaldfall zu lösen. Heute werden der Tigerkrieger Maurice und seine Freunde von einem Tukanpärchen um Hilfe gebeten. Ihr Ei ist aus dem Nest gefallen und direkt im See gelandet, in dem es von Piranhas und Krokodilen nur so wimmelt. Das Ei muss so schnell wie möglich aus dem Wasser gerettet werden. Kommt, streift mit durch die aufregende Wildnis und hört selbst, welches spannende Abenteuer auf die Dschungelhelden wartet. Oh, dir die Haare zu schneiden ist immer eine Freude, Frank. Deine Haare sind so geschmeidig wie Fliegenlarven. Und so glänzend wie Schneckenschleim im hellen Mond. Danke, aber lobt nicht mich. Meine Eltern sind verantwortlich. Glatzen in meiner Familie, die gibt es nicht. Nur weiches Haar und das ganz dicht. Schöne Frisur, Schweinefreund. Hey, Harry, bist du bereit für deinen Test? Schöne Frisur, Schweinefreund. Schöne Frisur, Schweinefreund.